Hallo Herzlich Willkommen bei GTA 5 Online Und heute spiele ich neue Adversary Mode Jackanauts Das heißt wir mussten den Jackanaut killen Und äh ja Da ist er schon Ah bin ich schon gestorben ne Das heißt wir mussten den Jackanaut Sag mal so abschießen Schon wieder Und ja Der erste Jackanaut der Sag mal gestorben ist Der hat auch hier rum verloren Ja Ich brauche gar nicht hinwenden Da wird der Schrank abgeknallt Da kann doch nicht sein oder Ey Alter was ist da wieder für ne Scheiße da Maaaann Wir haben jetzt Ja Die haben mich schon gekillt Das heißt die Jackanaut mussten Die müssen wir da eben abknallen Eben abknallen ist nicht Aber Alter Und wenn du viel Schaden machst Dann wird es auch Da gewinnt er nicht aber Du kommst da richtig voran Es geht eigentlich nicht dass du die Die Jackanaut killst Das ist Beisache Hauptsache ist die Jackanaut der gekillt Ja Ja Aber komm mal oben drauf hier Ja Komm mal oben drauf Komm oben drauf wieder Wetter 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 Ne doch nicht Was mach ich denn alle Im Busch hier Was ist der Vorspast Alter Das knallt auch richtig da Ja Ich bin schon gekillt worden Das ist ja scheiße Ich bin ja nur am Scheiße bauen Ah Mann da bin ich doch schlecht ey Alter Was ist er denn Die wird abgeknallt hier Unsere Jackanaut muss aufpassen Ja Mann Ich will den Jackanaut killen ey Ich will nur ein bisschen Schaden machen Du brauchst ja gar nichts mehr machen hier Du wirst hier abgeknallt ey Oh Bisschen Schaden machen Oh So muss halt So eine volle Spastik Wo ist er denn Wo ist er denn Ah Mann Wir sind jetzt Nicht auf dem Hinstand Was er denn Ja Ich werde gleich abgeknallt ey Es sind schon Leute die mir schon weggehen Mann ey Ich muss ja ein bisschen killen der Vogel ey Wo ist er denn Was ist er denn Was ist er denn Was ist er denn Alter Was ist er denn Wie eine heftige Runde ey Ich muss er drüber Komm drüber Alter ich werde er auf die Mauer weggeknallt Das ist heftig ey Ich finde der Jackanaut hat viel zu viele beste Wir sind auch gestorben Was sind die denn alle Ich bin so schlecht heute ey Das kann doch nicht sein oder Ja Ah Sind die jetzt Gleichstand Ich siehst du rechts unten Kommt ich sag Ich bin da abgeknallt Das geht garnicht Ah Ah so wir haben mir bisschen Charme gemacht Kann man jetzt sehen Na ja auf dem Balk ne Alter ich bin so richtig einfach zu ziehen Mama mia, ich wollte da, was da schießen da Ehh, da, ich den was schlecht eh Next kill wins, ok Was ist er denn hier, Alter, wir sind alle Jaggernauts oder was Alter Was ist der Assi denn, wir schießen ja ab, der Assi Schießen, knallen, Alter, ist das heftig hier So wird sie abgeknallt, ey Du siehst da gar nichts mehr Alter, schwöre, ey Schießt ab, alles Wir sind nur am Ballern, ey Wir haben eine Runde gewonnen, ey, das ist geil Und wir haben, ja Geil, 60.000 Dollar Ja, da war richtig geiler, geiler Runde muss ich sagen Hier, da sind wir The Purple Attackers So, ich hoffe ihr habt es gefallen, da war eine richtig geiler Runde Second World Und wir waren mit zwei Leuten weniger auch noch Guck mal, meine Schaden, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, na So, ich hoffe ihr habt es gefallen, vielleicht sehen wir uns wieder in der nächsten Auf GTA 5 Und ja, ich muss mich auch heute richtig konzentrieren, ne So, vielleicht bis nächstes Mal Ciao, ciao Ciao